Ja hallo ihr Lieben, ich kann euch noch eines sagen, ich bin heute extrem nervös, ich meine kein Wunder, ich bin bei einem Shooting von einem Typen, der hat es definitiv geschafft. Der ist schön, reich, intelligent und überdurchschnittlich super Trupper und das coole daran ist, der hat jetzt auch seine eigene Citroën Limited Edition. Die Attribute dieses Traummanns klingen ja wirklich zu schön, um wahr zu sein. Um wen es geht und ob der Wagen ebenso traumhaft ist? Adi, lös bitte auf. Natürlich wollen wir jetzt natürlich wissen, wie das Auto darunter ausschaut, oder? Und ich versuche jetzt das schöne Stück hier zu enthüllen, bitte schön, wow. So und ich gebe euch jetzt einen Mini-Hinweis, wer für dieses Auto steht, also von dem Typen, von dem ich schon gehört habe, diesen überdurchschnittlich coolen, sexy, geilen Beweger. Gut, ich glaube, ihr wisst, von wem ich gesprochen habe, oder? Es ist also Adi und er bekommt seinen eigenen Citroën Flitzer, die C1 Airscape Adi Vice Limited Edition. Das charakterstarke Design, die hochwertige Ausstattung und die kompakten Maße machen die Limited Edition zum Must-Have für Style People mit höchsten Ansprüchen. Dabei bietet der schnucklige Schlitten trotzdem genügend Stauraum für einen ausgiebigen Einkaufsbummel. Neben diesen Highlights hat Adi für die zukünftigen Besitzer noch ein ganz besonderes Goodie obendrauf gepackt. Ja, und für alle, die sich diesen coolen Modefuzzi-Flitzer zulegen werden, habe ich eine lässige Goodie-Bag vorbereitet. Da ist drinnen einmal ein Modefuzzi-Button, das ist schon so. Ein Armband, auch natürlich Modefuzzi, eine sensationelle VIP-Card für alle Style-Abi-Live-Events 2015, 2016. Ein mega kreatives T-Shirt, ich werde es nicht erraten, was da draufsteht. Wartet einmal kurz, ja. Genau, Modefuzzi, ist übrigens von mir selbst bemalt. Dazu noch eine Moschino, ich kriege eine Aussie Glamour-Beautybox, ein Brief, was steht da oben, wieder der Typ drauf, das ist nicht so wichtig. Egal, ihr seht es, es zahlt sich definitiv aus, dieses coole Auto zu kaufen. Ja, mein neues Baby und ich müssen jetzt los. Ich sage euch nur mal eines, klickt euch jetzt auf www.adivice.at, da findet ihr alle Infos zu dem coolen Modefuzzi-Flitzer zu mir und was euch sonst noch so interessiert. Bis bald!